Arten von Instagram Models Typ Nummer 1 Wannabe Gangsters Es sind einfach ganz normale Dorfkinder, die auf Instagram aber auf Aslachs tun müssen. Aber eigentlich sind die ganz nette Leute. Natürlich müssen die auch auf ihren Bildern sehr krass rüberkommen. Ey yo, Entschuldigung. Ja? Kannst du mich für mich ein Bild machen? Ganz kurz? Ganz kurz? Ja klar, kein Problem. Ich habe mein Handy. Herzlichen Glückwunsch. Bis bald. Ey, ey, bugs! Nicht schießen, nicht schießen! Ist gut, ich guck mir das Bild Nein, danke, danke, ich guck dir. Ei eig eig, warum lämst du weg? Warum lämst du weg? Kommen wir zum nächsten Model. Insta CEO. Dieser hat auf Instagram sein Bachelor, sein Master, sein Doktor und sein Alles. Dieser ist immer ganz klassisch angezogen. Chelsea Boots, Mantel muss sein. Manchmal All Black. Aber Hauptsache es muss fresh und clean aussehen. Es geht immer um die Geschichte. Bist es hier, bist es da. Und natürlich ist alles was Mittagrund ist auch seins. Das Haus, das Fahrrad. Er hat es einfach im Leben erreicht. Aber nur auf Instagram. Wundersagentur für Arbeit. Scheiße Mann. Was jetzt? Jetzt bauen wir schöne Autos. Aber so wie es heute aussieht, gibt es keine schönen Autos hier. Hier sind alle broke. Ist egal. Anderes Mal. Lass gehen. Okay. Typ Nummer 3. Der Naturmensch. Und was ein wunderschöner Tag. Wow. Die Natur ist heute wahrlich schön. Dieser findet einfach alles in der Natur interessant. Pflanzen, Ester, Blätter, Rasen. Sehr schöner Rasen. Alles was grün aussieht ist super interessant. Und natürlich ist er sehr, sehr umweltbewusst. Was ist das da? Das muss entsorgt werden. Typ Nummer 4. Das Supermodel. Warte, 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 warte kurz. Jetzt weiter gehts. Supermodels sehen immer sehr färsch aus. Beziehungsweise alles was sie anziehen sieht nachher immer Bombe aus. Sie shooten pro Stunde über 300.000 Bilder und wählen am Ende nur ein einziges Bild aus. Und zuletzt gibt es natürlich der Wannabe Supermodel. Dieser hat natürlich auch einen Profifotografen, frische Klamotten, aber Modeln ist einfach nicht sein Ding. Aber das will er einfach nie einsehen. Tausend Milliarden. Tausend. Weißt du was? Ich glaube, es wird langsam zu dunkel. Morgen nochmal. Morgen nochmal. Alle hässlich. Morgen nochmal. Hier. Ich kann davon nichts posten. Junge, ich kann davon nichts posten. Ich kann davon nichts posten. Ich mache nochmal. Es geht. Junge, wenn du hässlich bist, dann machst du Opio oder so. Was? Ja, schon gut. Das war's für die Video Leute. Bitte liken, abonnieren, teilen und noch was Leute. Welcher Typ von Instagram Model bist du bist du? Ja, kommentieren will ich wissen. Und wo wir jetzt über Instagram reden? Einfach mein Instagram abchecken unter onlykingjr und da werdet ihr erfahren, was für ein Typ Instagram Model ich bin. Nochmal Leute liken, abonnieren. Danke dafür alles. Peace.